Der Spielmodus ist halt schon ein bisschen retardiert. Ja, wir haben halt nicht die richtig geilen Champs dafür. Alter, Sivir ist halt unmöglich. Haut halt mit ihrem Kuda. Jetzt kommst du halt nicht ran, die killt dich halt vorher. Ja, ausser man weicht aus. Ja, und trotzdem killst du dich vorher. Ja, kill ist kill. Der Renga ist so der falsche Champ dafür, Kevin. Ich hab keinen Plan, was ich gemacht hab. Und ein, der ist weg, da ist er bei Reiss. Ja, jetzt kann er auch versuchen. Die Abkriegzeiten sind schon krass. Jetzt hat er gemerkt, wie OP das ist. Jetzt soll ich wieder in die Mitte. Ja. 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 Ja, ja. Ja. Sekunde springen Ach ne Ja Hm Can they have minions? Best actor is here the cannon Phew Ui Come on in the middle Kevin I have a flash I have a flash Oh man Das ist ein dummer Spiel Aber echt? Ja den spielen wir nicht Hä? Ne das ist echt lächerlich Ich hab halt alle 15 Sekunden geholt Boah alter wo kommt der Ringer Yo Nice help Hmhm Oh Wow Hier ist Ringer Ringer Alter das ist halt dumm Oh ja Hä? Ein dummer Mut Der Kartus müsste ja auch gefühlt jede Minute Ult haben Oh ja Brrrrm Skills Ab Teleport wär hier mehr OP als dies Oh nein Ich hab jetzt gar nicht geguckt wie die sind Eigentlich trotzdem Ich hab mich einfach direkt in die Gegner reingeportet Die Kater ist gut gefiltert Ich muss hier schon zeigen Ich muss hier schon zeigen Oh nade Ja Ja Ein bisschen Ja 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 Ein bisschen Ja Nein Ja Jienen Untertitelung des ZDF, 2020